Oh, das kann man sich überhaupt nicht mehr geben, Junge. Oh, geil, den hab ich. Ja, ich seh gar nix, Alter. Den hab ich. Oh, den hab ich, geil. Hab ich. Nice, beide noch. Hallöchen, in diesem Video spiele ich mal die neue Wellgun. Ich habe die bisher nur bei Vanguard jetzt hochgelevelt und in Warzone noch gar nicht ausprobiert, aber das werde ich jetzt in diesem Video mal nachholen. Und eins muss ich auch noch vorweg erzählen, ähm, ich will euch ja in diesem Video noch die Klasse dann zeigen, wie ich sie spiele, aber ich kann die gar nicht so spielen, wie ich will, weil, weil ich eigentlich mit diesem Lauf hier gerne spielen würde, aber wie man sieht, fehlt da denn einfach die Hälfte der Waffe, ist völlig verbuggt. Ich hab auch schon mal ganz kurz im Game reingeguckt, wie es da aussieht und ja, da ist dann auch nur die Hälfte der Waffe voll, weiß ich auch nicht, komisch, ne, warum ist das schon wieder so? Ja, und deswegen werde ich einfach mal diesen Lauf nehmen hier, der wird auch schon nicht schlecht sein. Auf jeden Fall schade, dass es mal wieder völlig kaputt ist. Ach ja, und wenn wir gerade dabei sind, Tarnung kann man auch nicht rauf machen, auch vielerfälliger Witz, ne? Aber egal, dann würde ich mich noch über ein Abo freuen und dann springen wir mal direkt rein. Ah, die Flugroute ist jetzt nicht die beste. Och, nein! Oh, lass doch mal sowas! Ey, er versucht, er versucht das auf Krampf, ne? Ja, jetzt hab ich dich, ey, ich spring nicht so hässlich rum. Mann, hier wollte ich gar nicht hin. Na, okay, jetzt sind wir jetzt im Game, ne? Cool, mal schauen. Und ich find das besonders schade, dass die Tarnung verbuggt ist, ja? Diese eine Weitschuss-Tarnung, so eine grün-schwarze, die sieht voll geil aus. Die wollte ich eigentlich rauf machen, aber naja, geht ja leider nicht. Ich fahr mal zum Airfield, da kenn ich mich wenigstens aus, obwohl da bestimmt auch nicht viel los ist. Was geht denn da? Boah, der war ja lebensmüde, Alter. Aber hey, zwei Kills, ne? Waffe ist sehr stark, wie immer. Aber bei der ist die Feuerrate und der nicht vorhanden Rückstoß dazu noch, voll geil. Alter, hier ist direkt wieder Action gleich am Airfield. Nein, nein, ah, da war noch einer. Ein Flugzeug, oder wie? Alter, alles klar. Und das war jetzt nicht die Aufnahme, die geleckt hat. Das sah so aus. Was denn jetzt ist die Waffe noch kaputter? Oh, das kann man sich überhaupt nicht mehr geben, Junge. Da bist du. Nachladesound hat die Waffe auch nicht. Oh, wie kommen die denn auf einmal her? Mal, das wackelt! Was machst denn du da? Platten wenigstens? Oh, nice. Kommst du auf einmal her, ey? Ich renne hier gerade sowas von in meinen Tod. Doch nicht. Oh. Wo ist denn der jetzt hier, ey? Ich verfolge den schon die ganze Zeit. Ja, jetzt werde ich verfolgt. Verlängerung schon. Naja, die Runde ist eh nicht so gut. Mach der da unten für den Stress. Noch einer. Mal, nur noch einer! Hab ich! Komm, jetzt... Ich wollte gerade sagen, kann man jetzt schon mal Tarnung drauf machen, aber das Spiel stürzt ab, Alter. Das kann man sich wirklich überhaupt gar nicht mehr geben, dieses Game. Wirklich. Warum mache ich das überhaupt? Aber kaufen, ne? Bundle-Vorschau. Immer alles kaufen sollen, Alter. Nee, ich bin hier nicht mal raufgegangen. Ich hab das Spiel neu gestartet. Bin direkt im Shop. Tarnung? Nee, geht nicht. Jetzt die Flugroute aber besser. Hier ist was los. Hab ich. Der hat echt voll gerade sagen, der hat gerade auch mit ihnen gekämpft. Mit dem nämlich. Und der ist auch noch nicht ganz tot. Der muss auch noch einen Mate haben. Ist zu laut. Und da ist der. Da oben im Turm. Kippsau. Oh, geil. Den hab ich. Hey, lass mich mal landen. Genau so. Ich will erst mal landen. Kletter. Alter, was ist denn hier los? Hab ich nie gerade eine Platte eingesammelt eigentlich? Jetzt hab ich Platte und werde angegriffen. Nimm. Alter. Wo ist denn der jetzt hin? Alter, der will mich. Der hat mich aber nicht. Alter, der war ja richtig penetrant. Und da hab ich. Ach, da oben. Och, Mann. Das ist wirklich permanent laut, ne? Die ganzen Flugzeuge und so. Das ist krass. Oh, manchmal gar nicht mal so schlecht, wenn die alle zu laut ist. Möchen. fall' um. Ja, ich zieh gar nix, Alter. Den hab ich. Ach du Scheiße. Man hört wirklich nichts. Die ganze Zeit permanent Flugzeuge oben, Alter. Permanent. Warfk. Oh. Nein. Nein. Nein! Ja, hab ich. Hab ich eigentlich schon mal erwähnt, dass die Waffe heftig stark ist, ne? Am Anfang glaube ich schon, ne? Weil sie schießt halt sehr schön präzise. Gerade, konstant. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Solides Teil, würde ich sagen. Aber im Vergleich zum Multiplayer ist die da irgendwie ein bisschen heftiger. Deswegen habe ich irgendwie ein bisschen mehr jetzt hier in Warzone erwartet, aber naja, man kann so spielen. Ja, lauf hoch. Dich habe ich gehört. Dich nicht. Türchen. Das hier sind die Aufsätze, die ich benutze. Mal wieder ein bisschen auf Präzision, aber diesmal auch auf Schaden gegangen mit der Waffe. Wie gesagt, der Aufsatz schräg schräg Lauf wäre eigentlich geiler. Aber man sieht ihn ja nicht. Tarnung sieht man auch immer noch nicht. Und ja, so spiele ich die. Könnt ihr ja auch mal ausprobieren. Ich finde die ganz geil so. Hat man ja gesehen. Hab zwar jetzt nicht viel gerissen, aber die Kills, die ich gemacht habe, ja, die gingen schon fix. Und eigentlich wollte ich das Video jetzt beenden, weil mir dieses Bugfest hier immer richtig auf den Sack geht, aber ich versuche noch eine Runde. Wie aggressiv der ist, ja, der ist doch nicht mal gelandet, Alter. Mal weg mit dir. Löcher hin, den habe ich. Für Gott sei Dank, aber dann noch einer. Die Trainer rennen wir nicht wieder tot. Ah. Oh, den habe ich. Geil. Will der denn hin? Wo wollte er denn jetzt hin, Alter? Ohne Witz. Boah, ich habe nur seine Schritte gehört. Klingt zwar nubig, aber mir fehlt so ein bisschen hier der Herzschlagsensor. Ich bin ja Solo. Ach, da. Wie lange will er da noch rumsuchen? Ja, maaaannn. Da bist du. Mann, kann ich nie einmal Glück haben? Hab ich. Ich probiere auch. Da ist der. Scheiße. Hab ich. den natürlich nicht. Den natürlich nicht. Erst mal landen, Kollege. Der nur noch so schlecht sein, ne? Hab ich. Weg damit, ey. Bin ich immer noch drin, ne, ja? Raus. Weg. Und ich hin. Ja, fall doch einfach um. Ja, toll. Dich hab ich. Hallo, Kollege. Zum Glück ist das gleich hier vorbei. Keine Lust mehr. Ja, den hab ich wenigstens noch. Und dann, was das jetzt hier war. Oha. Dann werde ich beinahe wieder durchs Nachladen gestorben. Der ist down. Der ist hier oben, glaube ich. Der ist doch schon echt die ganze Zeit. Ich glaub, die ganze Runde lang. Jetzt hab ich ihn endlich. Nice. Am Ende läuft's immer erst gut. Nice, beide noch. Haut da rein und tschüss. Also, es hat schon Spaß gemacht. Die Waffe ist auf jeden Fall zu empfehlen. Spielt sie. Die ist richtig stark. Richtig geil. Macht Spaß. Aber die ganzen Bugs und Fehler und Grafik und aaaaaah. Haut da rein und tschüss. Die Waffe ist so gut. Untertitelung des ZDF, 2020